Hallo. Ja, ich klappe hier jetzt mal einfach drauf los. Schaut euch bitte mal den Bericht an, den Onion Dog aus seinem Kanal genommen hat. Er kannte generell euch mal. Es gibt auch nette Sachen dort. In diesem Fall geht es um Günter Wallraffs und dessen Teams. Aber auf Investigativjournalismus mal zurückzugreifen. Damit man mal sieht, was dort in Schnellrestaurants los war. Nachdem sie bereits auffielen. Menschen haben nun mal Hunger. Aber dass da so viele Leute quasi genötigt werden, abgelaufenes, gammeliges, von Mäusen bearbeitetes Brot und so weiter zu sich zu nehmen, im Vertrauen darauf, dass sie anständige Sachen für ihr Geld bekommen. Und das ist, also, ich halte es für kriminell. Und sowas wie Mitarbeiter des Monats gibt es da nicht. Da gibt es nur einen Loser des Monats. Der hat einige Leuten jetzt vielleicht sogar die Chance genommen, sich so zu rechtfertigen, dass sie noch woanders einen kriegen. Einen Job. Und man, wie gesagt, kann mir nicht erzählen, dass das Aktionäre, ist das eine Aktiengesellschaft? Burger King? Oder all diese Leute? Schaut es euch einfach an. Ich bin noch nicht fertig. Den Beifel werde ich tun. Und bei denen nochmal orient etwas einkaufen. Selbst Eiswürfel kannst du nicht mehr. Wenn man zum Beispiel in der Gastronomie, da ist was fertig zubereitet. Und es kommt in die gleiche Kühlung, falls sie geht. Ähm, ist das lebensgefährlich. Man kann auch nicht etwas als vegan verkaufen, selbst wenn es nur, und das sage ich jetzt mit ausdrücklichen, nee, Anti-Air-Quotes. Da vergiftest du dir die gesamte Arbeitsatmosphäre mit, wenn du mal eben schnell da einen Burger reinschmeißt, woanders, das nicht vegan oder vegetarisch ist, mit in Kontakt kam. Du kannst auch kein Pesketarier, ähm, den Fisch verkaufen, in dem gerade Fleisch lag. Anderes. Wenn er sich darauf verlassen möchte, dass das, was auf der Karte steht, auch da drin ist. Wenigstens haben sie einige Mäuse. Euch wird nicht so schlecht, schnell. Guckt einfach schneller. Ja, ich weiß nicht. Das ist ein, Gott. Ähm, hey, stell dich das mal vor, ihr wollt irgendwo. Weil es alles gleich schmeckt nebenbei. Und außer wohl, als dann der gleichen Quelle kommen darf. Wie viele Tage lang würdet ihr irgendwie bereits angeschnittenes Gemüse, sagen wir mal mehr oder weniger, der Luft aussetzen. Oder mit ungewaschenen Händen immer schön drauf da, wenn ihr das selber, wenn ihr euch gegen euch selbst immun fühlt, bitteschön. Aber das verkauft man niemanden. Und wir werden verblöd verkauft. Ich hoffe, das hat echte Konsequenzen. Und zwar sowas wie Schluss, Tür dicht, Fenster dicht, wird gar nichts verkauft. Das ganze Ding, was von oben bis unten. Sowas von super rein sein. Ist das schon schlimm genug, wie die Tiere manchmal gehalten werden? Die Fleischfetzchen, die gepressten. Hm. Nicht mal meinen Salat kannst du dann essen. Nein. Wer es ansieht. Es tut mir so leid. Ich habe einen Artikel gepostet. Mein Lieblingschef im Moment. Der Artikel ist gut. Aber das hier ist wichtig. Sehr wichtig. Nun verstehe ich auch, wieso so viele Amerikaner das. Die haben keine Lust mehr. Für Minimalslöhne zu arbeiten, da würde hier gestreikt werden. Und dann würde sonst wer protestieren. Aber da wird weiter produziert. Das könnt ihr euch mal merken. Ihr könnt euch dort vergiften. Lebensmittelvergiftung. Oh Gottchen. Im Schnitt doch nur jeder Fünfte von sieben. Auf einer Liste von eins bis sonst wo. Wie schlecht geht es Ihnen heute wirklich? Hm. Eigentlich haben wir nämlich nur zehn. Von null bis zehn. Sagen wir mal eins bis zehn. Wen juckt das? Schon sieht sich niemand an. Ich verstehe auch nicht, was ich da mache. Du musst da unterschreiben und hast du was in der Hand, dass was anständig ist, dass es gut ist. Und ich habe keinen Arbeitsausfall. Und die Weihnachtskartifikation. In Übersee. Oder sonst wo. Wo die Hauptfiliale ist. Das ist ja wohl der letzte. Haufen. Wärslinge. Ehrlich. Nicht die Angestellten. Wenn man dafür Jahrleiter sein will. Irgendwann mal. Dann muss die Qualität gut sein. Dann sollte man freundlich sein. das bringt euch Kunden. auch wenn es keinen Nährwert hat und nur eben kurz satt macht. Aber wenn das korrekt gemacht wird und die Kunden keine Angst haben müssen, ihr Leben zu riskieren, dann müsst ihr entscheiden, was ihr servieren wollt. Sonst serviert euch nämlich dann, jemand, der das Lied findet, jemand ein Zettelchen. Ja, und das steht dann drauf, wenn man vorgeregte Scheine darf als Zeuge. Er soll ihr Bestes geben. Dann kriegt ihr auch das, was dem angemessen ist. Wenn ich sehe, dass lustlos bedient wird, dass Leute Kühlsysteme unterbrechen, weil es eisige Zustände sind, in Wasser rumwarten, was sonst wie lange da vielleicht schon steht und bereits zubereitete Lebensmittelweinig. Das weiß sie ja nicht. Wenn man sowas sieht, da fühlt man sich nicht besonders gut. Und das ist sehr höflich ausgedrückt. Sonst würde ich hier vielleicht rausfliegen. Deswegen liege ich nämlich bereits. Damit das Scheppern nicht so doll ist, wenn ich auf den Fußboden knall. Ich finde das gut. Dass jemand, der Sache nachgegangen ist, dass das, auch wenn es sich um normale Scripted Reality Geschichten sonst handeln mag, wo man abschalten kann, weil das erwachsene Menschen sind, die das eventuell überblicken. Genau so nervig sie sind und so weiter. Aber da muss man wenigstens die ganze Woche selber aufkommen, ob das irgendwie vielleicht so ein bisschen geschwindelt ist, ein bisschen übertrieben ist, absichtlich. Und er macht das besser. Aber er hielt es für wichtig, dass wir das wahrsehen. Statt der Uhr, die ich betrachten wollte, naja, ich will mit dem Lügen gleich nicht morgens anfangen, wenn ich mich über Lügen und Betrüger aufrege. das stimmt nicht ganz. Aber bei Speisentrank, da hört das auf. Man kann sich ja nicht von den klinisch reinsten Sachen nur ernähren. Das wäre mehrfach destilliert, ist sonst was für Zeugs. Da schmeckt ihr gar nichts mehr. Das ist daher auch nicht üblich. Ihr könnt keine Kindergeburtstage mehr reinschleppen, weil die Leute vielleicht dafür bezahlt werden, dass sie sich gut um die Wande kümmern. Nichts müsste man sagen, tut uns leid, dein Geburtstag wird nicht gefeiert und ist schon gar nicht dort. Was soll ich den Kindern sagen? Wenn es erwachsene Menschen sind, die denen sonst das vorsetzen würden, das ist vielleicht ganz niedlich, wenn du noch ein Spielzeug dazu kriegst, aber wo lag das denn? All das sind so Sachen, da kann man vielleicht vermuten, auch die regt sich jetzt künstlich auf. Aber sowas fängt irgendwo ja mal an. Soll sich das nach oben schrauben, so die Spirale so ein bisschen? Wenn man das zulässt, geht das im nächsten Restaurant vielleicht weiter. Dann wird alles mögliche vom Fußboden aufgehoben und vielleicht spülen sie es ja ab. Ich sehe mir das gleich zu Ende an. Ganz schön fiese Sache. Hier gibt man sich Mühe und wenn man mal entspannen oder eingeladen wird, möchte man das doch mit Freuden annehmen. auch wenn er vielleicht mal vegetarisch steht, das sollte man einfach mal ausprobieren. Ich habe das, da bin ich ja auch direkt mit konfrontiert, weil konfrontiert er sich auch an der Kampfhandlung an. aber es nach Kräften Kräften, die man aufbringen kann, mit der ganzen Sache dabei. Tja, oder eben nicht. Ja, hat sie das gesehen? Schluss. Also, das ist lange her, aber sie hat ein gutes Gewissen dabei. Was dessen Gewissen sagt, der das geführt hat, das weiß ich nicht. Aber wo sein Job verliert, joa, wahrscheinlich. Doch, das wusste ich sowieso. Über kurz oder lang hat er dann eine offene Küche zu betreuen, aber ihr wisst nie, an Tomaten überhaupt mal geschnitten wurden und vielleicht wieder in die Kühlung gewandert sind, hin, her und so weiter. Das Haltbarkeitsdatum kannst du da gar nicht mehr ermitteln. Wieso? Das habt ihr auch schon gesehen. In Supermärkten, wo die Schilder sich merkwürdig überkleben, die man eigentlich lesen darf. Dafür hat man das nämlich gelernt. Ursprünglich. Wenn ihr in einen Park geht, ich habe ein Disput gehabt, diese Kleine, wo sich jemand aufregt und dass ein anderer ihm einen Ausflug vielleicht spendieren würde. In einen Weltpark, der hier nicht so weit entfernt ist. Aber man sich sicher sein kann, dass den Menschen sich das Mühe geben und dass da die Tiere entscheiden, wann sie sich was zu essen holen und wenn nicht. Zur Herbstzeit zum Beispiel ist es wunderschön, wenn man es zu Fuß noch schaffen kann, ansonsten kriegt man bestimmt Hilfe. Man kann relativ weit in die Gegend hineingehen und hört die Hirsche an ihrem Leben zu basteln. Da stört kein Mensch, da darfst du gar nicht erst hin. Aber du kannst sie sehen, hin und wieder nennen sich da mal wegen von einer Quelle von irgendeinem Bäumchen zu der umworbenen Gruppe. da stört man niemanden. Natürlich werden da nicht alle zusammen in ein Gehege gesteckt, das geht gar nicht. Aber ich habe dafür, weil ich die Idee gut fand. Die Idee war gut. Die Menschen, die zum Teil hingehen, sind auch Tierschützer, nicht nur das. Sie führen Tierheime und mögen die Natur. Viele haben da kein Verhältnis mehr zu. Und was zum Essen gesagt werden kann, ist, dass man definitiv keinen Bezug mehr dazu hat, wenn man nach so einem Bericht das auch noch unterstützt. Dann muss jemand aus der Vorstandsabteilung gehen. Denn die können mir nicht sagen, dass sie da nur weil sie die Neffe oder die Nichte von irgendwem sind, automatisch landen. Qualifiziert oder nicht. Tja, schaut euch mal einen Wallrauf an und merkt euch, dass es eben Menschen gibt, die es gut in einem meinen, wenn sie sowas zeigen, obwohl das kaum je ist eigentlich. Der Mann, der kann das schon auseinander halten. Und da darfst du bloß nicht hingucken, wenn du weiter ignorant sein willst oder keine Rezepte mehr selbst entwickelst. Das kann man. Natürlich, denn dort wird ich mit Sicherheit auch bei größtem Hunger keine Soße mehr. Irgendeine Art und Weise. Ja, es gibt etwas anderes auch noch als Ketchup und Mayo. Wir können uns auf uns selbst besinnen, weil wir einen Instinkt haben, den er verkümmert allmählich. Aber hey, was verkümmert ist, kannst du wieder trainieren. Nur der da wird nicht auf Kosten des Bürgers wahrscheinlich trainieren dürfen, sondern ist arbeitslos, da zahlt ihr was anderes, keine Ahnung, wie es weitergeht. Denn die waren schon mal so unterwegs. Und ich kenne meine Freunde, wenn ich sage, da geht ihr nicht mehr hin. Denn wenn euch euer Enkelkindchen oder eure Kinder mal fragen, habt ihr das ja nicht gewusst? Doch, muss mal wahr sein. Wenn Jamie Oliver kennt seinen Kampf wegen McDonald's, den er gewonnen hat nebenbei und will nicht zu verkrampft wirken und lässige Runde haben, dann darf man sich das auch mal gönnen. Nicht jeden Abend in irgendein Restaurant zu gehen, aber dafür bitte eins, auf das man sich verlassen kann. vielleicht passt das einem Bekannten nicht, aber er hat ein schöner Schlüssel und zwar nur Richtung Süden fahren, gut leben heißt das. Dort kann man sich darauf verlassen, wenn man das Gefühl hat, dass die Personalerordnung ist und dass da mit einem Lebensmittel gut umgegangen wird. Da vermisst man nichts. Und natürlich kann man das auch es gibt ja immer noch welche, die dadurch offenbar nicht satt werden und die haben natürlich die Wahl. Ja, das ist auch ein Buxtehude hier. Da gibt es einige Stellen, da kann man sich gut was binden. Das ist für einen Mann, der so richtig Hunger hat, weil er gerade vom Holzfällen kommt oder so. Vielleicht nicht unbedingt ausreichend, aber es soll ja auch nicht zur Gewohnheit werden, dass man prastelt und alles in sich nach hinten einschlingt, was jemand mit Mühe gemacht hat, auch fürs Auge schön. Dann findet man da bestimmt irgendwie was. Wenn man jemanden einladen möchte zum Essen, hat nicht so viel Geld, wird da hoffentlich was dran geändert, dass man keinen Einblick darauf, also auf die Arbeitsfläche eigentlich hat. Wenn da irgendwelche Sachen nebeneinander auf eine Radfläche kommen, aber jemand ist ausdrücklich nicht damit einverstanden, dass da sowas, was du, es gibt solche Sachen wie, was kannst du mit auf den Mond schicken in so einer Zeitkapsel und das wird in 50 Jahren auch noch in Ordnung sein. Das gibt's, solche Versuche oder diese Sprüche. Das sind nämlich nicht nur Sprüche, je mehr an Nährboden eine Sache, einer anderen Sache nämlich bietet und ich meine damit fliegen, dass er dadurch zum Maden ein Schlitzchen, eine Maus kommt durch winzige Schlitze, ich hätte das nicht gedacht, aber ich habe mir ein Buch geschnappt und gesehen. Oha. Was? Nicht 1,5 sondern 5 Millimeter? Ja. Aber wenn sowas im Restaurant niedlicherweise mal zeigt, dass man auch Mäuse dressieren kann, weil sie Steppdanns aufführt, hey, nur zum Entertainment, danke, das gelügt. Ich möchte mein Geld zurück, das weiß nicht, das kann ich dann irgendwie nicht mehr sagen. Da hole ich mir irgendwie eine miese Aura und das ganze Haus hier, da muss ein einziges grausige Waber sein. Das war auch nicht die Halloween-Ausgabe, sondern leider, ja, wenn man mit seinen Arbeitnehmern so umgeht, dann wirkt sich das unmittelbar darauf aus, als ob die Kunden wieder kommen oder nicht. Also, seid mal mutig und bleibt dabei. und das ist weiteres . ein ein